Nein, also ich mach da nicht mit. Jetzt komm doch mit rein. Nein, vergiss es, komm doch mit rein, wenn er mich persönlich bittet, dass ich mit rein bin. Ja, ach komm, da gehen wir jetzt rein. Dann steht wenigstens Schmieri hier. Dann steht ihr Schmieri. Komm, wir gehen da jetzt rein. Sie haben unser altes Büro gesehen und jetzt sollen Sie mal sehen, wie das... Oh, es riecht schon gleich viel frischer da hinten, die riesige Fensterfront. Ich werde mich auf seinen Stuhl setzen. Oh ja, hier. Ja, da ist das gute Stück. Oh, ja. Ja, natürlich. Und da hinten sieht man auch schon, damit er beim Einnicken nicht nach hinten wegklappt, der Kopf, hat er das extra verstärkt. Normalerweise hockt er nämlich hier so, weißt du, hier. Ja, Füße hoch. Und dann Zigarre. So hockt er hier, dann nimm er am Tag. Vor morgens, kümmern wir uns spät. Da unten ist noch die Minibar, der Kühlschrank. Pass auf, weil es der gnädige Herr ja immer mal im Kreuz. Ja. Hier, Achtung. Kann man diesen Tisch, sehen Sie das? Sie sehen, da rauf und runter. Und wenn wir da mit ihm rein müssen, dann macht er extra hoch, damit wir noch so ein bisschen klein und nixig erfolgen. Das ist wirklich da. Hier alles vom Feinsten. Er kommt. Oh. 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 Oh.